Heute haben wir mal die Blumenfontänen, habe ich ja bis jetzt nicht geschafft zu testen. Wir probieren sie mal aus. Wir starten hier mit der Reisblüte. Wir haben uns jetzt mal einen kleinen Platz im Garten gebaut, dass wir mal ein paar Kleinigkeiten ausprobieren können. Ja, die war doch schon mal ganz schön. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier Silber, kann man gar nicht sehen, Silberchrysanthenen. Schmeiß mal die nächste an. Hier ist schon schön mit Weihnachtsbeleuchtung. Ich kann schon den Nutz holen. Auch sehr, sehr schön. Zeig mal, was ist das? Das haben wir jetzt Kornblume. Zeig mal, was die Kornblume kann. Zünd an. Super machst du das. Richtig gut macht er das. Oh, die sieht ja richtig schön aus. So richtig kräftiges Blau. Richtig schön. Richtig kräftig, ja. Cool. Was haben wir jetzt? Das war Goldchrysanthenen. Ich sag mal, naja, was die können. Goldchrysanthenen. Eben hat nur Silber, glaube ich war das. Silberchrysanthenen. Die hat ein bisschen Druck. Ja, richtig, richtig schön. Also kann ich nur empfehlen. Gönnt euch das Set. Blumenfontänen. Also.